Der Prototyp Muslim. Er sieht gepflegt aus, lächelt und verbreitet den Salam an seine Brüder und ist immer nett. Der Prototyp Muslim. Kaum geht einer seiner Lieblingsanashids an, wird er ruhig und nachdenklich. Und hat er mal eine Sünde gemacht, bereut er sofort bei Allah, denn er weiß, dass Allah der Allverzeihende ist. Und ja, es stimmt. Der Prototyp Muslim betet fünfmal am Tag und ja, er liebt das Gebet. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen zweiten oder auch einen dritten Teil davon haben möchtet, dann abonniert diesen Kanal, teilt das Video.